Okay. Ah, was ist das? Äh. Das da? Nee, du sollst es angucken. Sieht aus wie ein kleiner Webstuhl. Nur komplizierter. Kleiner Webstuhl. Okay, was ist das da? Ein mächtiges Schwert. Steht Replika drauf. Okay. Gut, ich glaube, alles andere hatten wir schon, oder? Ah, gut, reden wir einfach mal mit dem Herrn da. Mal gucken, was das für ein Laden ist. Schau dich ruhig in Ruhe um. Hier gibt es nur die antiksten Antiquitäten. Mhm. Was ist das denn hier für ein Laden? Dieses noble Geschäft ist ein Antiquitätenladen, mein Lieber. Sieh dich ruhig ein bisschen um. Mhm. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin Sir Edmund Cartwright. Dritte. Mir gehört dieser prächtige Laden. Du kannst aber ruhig Sir Edwin zu mir sagen. Ich bin Talorel. Was ist mit den anderen zwei passiert? Wie bitte? Sir Edwin Cartwright, den ersten und Sir Edwin Cartwright, den zweiten. Ach so. Einer war mein Großvater. Der andere mein Vater. Beide weinen leider nicht mehr unter uns. Oh. Ja. Schade. Okay. Was ist das? Diese seltsame kleine Webmaschine. Wofür ist die denn? Das ist nicht irgendeine kleine Webmaschine. Das ist eine originale Toupet-Webmaschine. Ach. Du musst wissen, Toupet-Webmaschinen haben eine besondere feinmechanische Präzision, die es erlaubt, möglichst echt aussehende Haarteile zu fertigen. Mit dieser Toupet-Webmaschine gewebte Haarteile würde niemals jemand als Toupet erkennen. Toupets von dieser Webmaschine sehen aus wie absolut echtes Haar. Die brauchen wir. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich genau das Richtige für unseren Bibliothek-Haar. Ein Toupet. Könnte ich diese Toupet-Webmaschine vielleicht haben? Selbstverständlich. Gerne doch. Fünf Pfund. Ich habe leider keinen Pfund. Vielleicht kannst du im Tausch gegen die Toupet-Webmaschine etwas für mich tun. Was kann ich denn tun? Nun ja, es ist etwas peinlich. Ich habe hier im Laden seit kurzer Zeit eine Ratte und ich, äh, sagen wir mal so. Ich mag Ratten nicht besonders. Könntest du sie für mich verscheuchen? Sie versteckt sich da hinten in dem Haufen Gerümpf. Ich, äh, ich meine in den exquisiten Waren da hinten. Ach so, wenn's weiter nichts ist. Das mach ich doch gerne. Prima. Dann verscheuch die Ratte und ich geb dir dafür die Toupet-Webmaschine. Das ist doch mal ein Geschäft. Ja, find ich auch. Das ist super. Aber wir fragen noch nach dem anderen Gerät kurz. Dieses komische Gerät dort. Was ist denn das? Das ist ein Einkammer-Homunculator XL3000. Hübsch, oder? Ein was? Ein Humunculator. Sogar mit Bedienungsanleitung. Damit kann man sich wohl einen Humunculus selber bauen. So eine kleine, seelenlose Kreatur. Und funktioniert der denn? Also, es ist wohl mehr als Partyartikel zu betrachten. Wieso das? Nun ja, einige der Zutaten sind eher albern und wohl doch als Spaß zu verstehen. Beispielsweise der Odem eines Engels. Das ist natürlich Blödsinn. Also, Talorel? Hm, hm. Okay, ich ahne da schon, worauf das hinausläuft. Wir werden... Das hier wahrscheinlich auch gebrauchen. Wir haben ja schon das Buch über so einen Hormunculus. Aber zuerst brauchen wir hier die Webmaschine. Und das heißt, wir müssen die Ratte... Ähm... Die Ratte. Ja, komm mal her. Käse und Ratte. Hoffentlich passt das genauso zusammen wie Maus und Ratte. Käse. Ähm... Wo ist die Ratte? Wo stellen wir den Käse hin? Keine Ahnung. Womit fangen wir die Ratte? Ähm... Können wir den Käse einfach mal so hinstellen? Hm, hm, hm. Äh... Wieso sollte ich das machen? Ja, ich seh da grad... Was ist das denn? Da ist diese Ratte ja, die ich für Sir Edwin verscheuchen soll. Okay. Schade, dass er nicht mit ihr reden kann. Dass er sie nicht fangen kann. Das dürfte unsere Ratte sein. Na dann, mach mal. Nee, 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 nee. Komm, fangen sie, fangen sie. Ich frage es nicht. Das ist die Ratte, die diese kleine Rotzgöre Mahler mit dem Schnipsel vom Bauplan hat wegrennen sehen. Worauf wartest du noch? Hinterher. Ja, auf, schnell, beeil dich. Hopp, hopp. Ach Gott, nee. Ich wollte die fangen. Oh nein. Sie ist in dieses Loch da verschwunden. Vermutlich ist das ihr Bau. Immerhin wissen wir jetzt, wo sie ist. So wie du die erschreckt hast, kommt die da erst mal nicht raus. Der Bau der Ratte, die sich einen der drei Schnipsel des Bauplans unter den Nagel gerissen hat. Jetzt wissen wir immerhin, wo sie ist. Und so wie du die erschreckt hast, kommt die da so schnell nicht wieder raus. Okay. Kann man trotzdem mit ihr reden? Ähm, hallo? Oh. Liebe kleine Ratte. Äh, hallo? Würdest du da vielleicht mal rauskommen? Nein, kein Interesse. Du hattest da aber eben einen Schnipsel Papier in der Schnauze. Den brauchst du doch sicher nicht mehr. Erst mich fast zu Tode erschrecken und dann was von mir wollen. Kein Interesse. Hm, Schätze, so kommen wir da nicht weiter. Vielleicht sollten wir uns erst mal um den Schnipsel des Bauplans kümmern, der auf einer der Koffein-Shampoo-Flaschen klebt. Mhm. Ja gut, okay. Aber merken wir uns mal, wo die Ratte hingerannt ist. Ich hoffe, die bleibt da wirklich drin. Ah, Mann, wie doof. Ich hätte die gerne direkt eingefangen. Aber naja, gehört wohl zum Spiel. So, jetzt kriegen wir hoffentlich die, ähm, die... Müssen wir mit ihm nochmal reden? Guten Tag, Sir Edwin. Hallo. Ich hab die Ratte verscheucht. Wundervoll. Das ist wirklich großartig. Tausend Dank dafür. Nimm dir die Webmaschine einfach. Sie steht da vorne. Und viel Spaß damit. Mhm. Ich geh dann mal. Dann auf ein Wiedersehen. Entschuldigung. Dann nehm ich das Ding mal mit. Ja. Wow. Schwerer als gedacht. Okay, jetzt müssten wir nur noch wissen, wie man ein Toupet damit webt. Hm. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Mhm. Und in dem anderen Laden oder so ist wer, der uns helfen kann. Aber wir können dir ja erstmal angucken. Eine außergewöhnlich großartige Toupet-Webmaschine. Mhm. Ja. Gehen wir mal hier rein. Da waren wir auch noch nicht. Ach. Aha. Die Dame kennen wir ja schon. Die hatte doch mit dem, ähm, jetzt hab ich den Namen wieder vergessen. Mit dem einen Mann halt da irgendwelche Geschäfte ausgetüftelt. Guck mal, eine Spinne. Ein großer Glaskasten mit einer großen, ziemlich haarigen Spinne. Einer sehr großen, sehr haarigen Spinne. Es ist aber nicht A. Oder? Nein. Ähm. Gut. Was haben wir ansonsten? Äh. Ja, eine A. Ganz normale Stoffe. Mhm. Eine Nähmaschine. Ah, ja. Okay. Das ist das. Ein Rohr aus Bambus. Innen hohl. Kannst du das nähen? Darf ich dieses Bambusrohr vielleicht haben? Schiede? Brauche ich nicht mehr. Mhm. Ja, er hat sich angewöhnt, vorher zu fragen. Das ist auch schon mal gut. Was haben wir denn da noch? Äh. Ähm. Ansonsten. Stoffe. Hallo? Irgendwie ist die Maussteuerung komisch. Ganz normale Stoffe. Okay. Äh. Okay, gut. Dann reden wir mal mit der Dame. Vielleicht kann die uns helfen. Hallo. Ni hao. Wie bitte? Ni hao. Ni hao. Hallo. Was ist das denn hier für ein Laden? Dieser Laden ist meine Seidenschneiderei. Zu euren Diensten. Und was machst du hier so? Seidenschneidern. Mhm. Okay. Das ist aber ein beeindruckendes Tier. Da im Glaskasten. Ah. Wirklich beeindruckendes Tier. Eine chinesische Fellspinne. Wundervolles Tier. Aber sehr empfindlich. Erkältet sich schnell. Und wenn niest, verlieren ihr Fell. Aha. Okay. Fellspinne. Äh. Ja. Beeindruckendes Fell. Und darf nicht niesen. Wir brauchen doch bestimmt irgendwas, womit wir das Toupet machen können. Ich gehe da mal. Okay. Können wir das direkt ausprobieren? Wir brauchen Niespulver. Bambusrohr und ähm. Nee. Wo ist das Niespulver hin? Niespulver? Das klappt so nicht. Okay. Und nur das Niespulver auf die Spinne? Vielleicht denke ich schon wieder zu kompliziert. Oh je. Sie hat ihr ganzes Fell abgeworfen. Die Arme. Großartig. Schnapp dir das Fell und lass uns dem verstaubten Bibliothekar ein Toupet weben. Genau das hatte ich vor. Cool. Okay. Können wir jetzt das direkt schon weben? Also Webstuhl und äh. Ei. Und das da? Kannst du das, Talorel? Aha. Jetzt habe ich einen echten Haarsatz für diesen Bibliothekar. Super. Okay. Abmarsch. Dann raus zum Bibliothekar. Tschüss, du unhaarige Spinne. Ah, das hat ja dann doch ganz gut geklappt. So, wo müssen wir lang? Da. Der Ratte müssen wir uns noch was überlegen. Wie wird die da wieder rauskriegen? Hm. Aber dann hätten wir wenigstens den Zweiten. Ach, was Glück. Ja, und ich glaube, dann sollten wir uns vielleicht auch bald an den Bau eines Homolukulus machen. Okay, ähm, ja. Hallo, Magnus. Guten Tag, Talorel. Magnus, ich habe hier ein Toupet für dich. Dann hast du wieder volle jugendliche Haare und brauchst das Koffeinshampoo nicht länger. Ein Toupet? Frechheit! So sehe ich für dich so aus, als bräuchte ich ein Toupet, Junge! Okay, das ging in die Hose. Hm. Ich habe hier etwas für deine Papierflöhe. Eine, ähm, aus authentischem Spinnenfell gebodene Papierflöhebehausung. Und was bitte soll ich damit anfangen? Soll ich den kleinen Biesten hier jetzt auch noch gemütlich machen? Nein, ich dachte, also, wenn du den Papierflöhen ein neues Zuhause anbietest, da gehen sie da rein. Und du musst sie nicht mehr aufwendig immer und immer und immer wieder aus deinen kostbaren Büchern vertreiben. Ah, das ist wirklich klug. Dann gibt das, äh, die Papierflöhebehausung. Darf ich jetzt die Flasche haben? Du brauchst sie ja dann nicht mehr. Äh, ja, natürlich. Bitteschön. Das Zeug riecht sowieso komisch. Das ist die richtige Flasche. Die mit dem Bauplan-Schnipsel drauf. Bringen Sie am besten schnell zu Blumenfort. Yes! Dankeschön! Ach, super! Hehe! Ja, das gefällt mir doch mal. Also ab zu Blumenfort, ihm diesen Schnipsel geben und dann müssen wir uns einfallen lassen, wenn wir das mit der Ratte hinkriegen. Oh Gott, oh Gott. Heiliges Blechle. Aber es macht echt Spaß, das zu spielen. Und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß zuzuschauen. Und ich stelle mich hier nicht allzu dämlich an. So. Hallo, wir haben den nächsten Schnipsel. Hallo Blumenfort. Hallo Talorel. Wie kann ich dir helfen? Ich habe den Schnipsel des Bauplans, der in Richtung Stadtrand davon geflogen ist. Karim hatte ihn aus Versehen auf eine seiner Koffein-Shampoo-Flaschen etikettiert und dann an Magnus verkauft. Hier hast du die Flasche. Sehr gut, mein Junge. Jetzt musst du nur noch den Schnipsel auftreiben, den sich die Ratte unter den Nagel gerissen hat. Ja, und das wird bestimmt nicht ganz so einfach werden. Gut, okay. So, da wir ja jetzt gerade noch mal hier sind, dachte ich, ich gucke mich hier noch mal ein bisschen um. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas übersehen, was wir gebrauchen können. Was ist das zum Beispiel? Ein seltsamer Apparat. Dem können wir nichts machen. Und was ist das da? Kommt das irgendwie? Oh, mit Hebeln. Ja, ich weiß nicht, ob ich da dran rumfummeln soll. Ah, da hinten ging's. Ah, stimmt, ist Hinterzimmer. Ich glaube, ich könnte noch irgendwas übersehen haben da. Wollte ich mir noch mal die Flugmaschine angucken. Ah, war das vorhin das letzte Mal auch schon hier? Der hatte hier gestanden, der Blumenfort. Das habe ich, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen. Das ist die Flugmaschine. Das ist irgend so ein Ding. Das haben wir noch nicht angekuckt. Ein Haufen Zeug. Ein Haufen Zeug. Kannst du da was mitnehmen? Werkzeug oder so? Was sollte ich denn damit anfangen? Ja, weiß doch ich nicht. Vielleicht braucht man mal irgendein Werkzeug. Aber du willst wohl nichts. Das Seil hatten wir schon gesehen. Die Seile sind vermutlich auch für die Flugmaschine. Ja, und was ist das da hinten? Ach, gucke mal da. Ist noch was. Ein Schellchen mit blauer Farbe. Kannst du das vielleicht mitnehmen? Das gehört Blumenfort. Das kannst du nicht einfach einstecken. Ja, und? Doch egal. Farbe kann man immer gebrauchen. Das ist Diebstahl. Nein, wir borgen uns das nur aus. Okay, was haben wir denn sonst noch? Das hatten wir uns schon angeguckt. Sieht aus wie so eine Karotte. Interessant. Gut, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Ich will ja nicht dauernd alles übersehen. Da gibt es raus. Das hatten wir, das hatten wir. Das, das, das. Ne, mehr gibt es glaube ich nicht. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder ins Labor zurück. Gucken da auch noch mal kurz rum. Nicht, dass ich hier irgendwas Wichtiges übersehe. Und dann müssen wir uns um die Ratte kümmern. Da haben wir den Ausgang. Das hatten wir getrunken. Hier kann man irgendwas mitmachen. Das haben wir angeguckt. Kaktus und sonst nichts. Okay. Schauen wir doch mal auf unseren Zettel hier. Oh, Kundenliste. Genau. Koffein-Shampoo, eine Flasche an Bill, eine an Bartomeos und eine an Magnus. Das ist abgehakt. Wir brauchen also wirklich nur noch hier das, die Ratte. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Haben wir alles im Inventar. Wir haben jetzt Farbe im Inventar. Vielleicht hilft uns die irgendwie. Wir haben dieses Webdings da. Strafzettel, das Seidenteil, die Zwille. Bart-Shampoo-Flasche. Kundenliste. Streichhölzer. Ah, ja genau. Wir haben noch die Flasche mit dem Bohneneintopf. Unsere Todesmauserfahrung da. Unsere Maus mit Todeserfahrung. So rum. Und Käse. Ja. Und sonst nichts, ne? Okay, gut. Ja, dann schauen wir mal, was die Ratte sagt. Vielleicht erzählt sie uns ja jetzt was. Mal gucken. Bin schon ganz neugierig. Ah, da geht's lang genau. Hallo. Jofi. Wie fleißig, der immer die Lampen anzündet. Hihi. Oh. Äh. War der letztes Mal auch schon da? Ich weiß. Mal gucken wir uns den mal an. Der sieht, ähm, mitgenommen aus. Ja, so ein Bettler. Ich kann das nicht lesen. Das steht da. Das steht. Tue Buße. Das Ende ist nahe. Oh Gott. Na, ich hoffe doch nicht. Können wir den mal ansprechen? Äh, hallo? Ich, ich glaube, der will nicht mit dir reden. Pff, ich weiß nicht, ob der reden kann. Hm. Ja, es sieht jedenfalls ziemlich gebeutelt aus, der arme Mann. Na gut, okay. Gucken wir mal, äh, da war die Ratte drin verschwunden, ne? Der Bau der Ratte, die sich einen der drei Schnipsel des Bauplans unter den Nagel gerissen hat. Irgendwie müssen wir die da rausbekommen. Rausbekommen? Äh, hallo, ich... Kein Interesse. Interesse. Hm, Schätze, so kommen wir da nicht weiter. Wir müssen irgendeinen Weg finden, sie da raus zu jagen. Hm. Vielleicht frisst die Ratte ja auch gern Käse. Was ist denn der Käse? Vielleicht können wir damit was machen. Komm, kannst du den Käse da... Und was soll das jetzt schon wieder werden? Na, ich schmeiße den Käse da rein, damit die Maus dem Käse folgt. Hä? Wie jetzt? Scheint zu funktionieren. Was? Wer? Wer bist du denn? Oh je. Hoffentlich übersteht das kleine Fellknäuel das unbeschadet. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, außer hier auf sie zu warten. Wie jetzt? Ich wollte doch den Käse da hinlegen, damit die Ratte rauskommt. Äh... Jetzt ist... Dem Himmel sei Dank ist dir nichts passiert, Fellknäuel. Äh... Ich meine natürlich... Gut, dass du den Hinterausgang gefunden hast. Aha. Ich glaube, sie will dir den Hinterausgang zeigen. Du solltest ihr folgen. Ach so. Okay. Ja gut. Dann ab hinterher. Natürlich. Ja, wie gesagt. So war das jetzt gar nicht gedacht gewesen von mir, aber... Ja gut. Wenn wir jetzt den Hinterausgang vom Bau der Ratte erfahren, ist das auch gut. Ja, dann komm her. Wo geht's lang? Ah, da. Okay. Okay. Hallo. Muss da nicht irgendwo... Och. Ich sehe es wieder nicht. Äh... Stadtrand. Okay. Maus, warte auf uns. Ich bin nicht so schnell. Okay. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Okay. Da ist die Maus. Irgendwo hier. Okay. Okay. Ab in den Wald. Ja, das würde passen. Ratte im Wald. Hallo? Uhu. Geht's weiter? Ah. Mhm. Ja. Die Ratte hat sich versteckt. Und jetzt? Wo ist unsere Maus? Ah, hier. Komm her. Dann wird das vielleicht der Hinterausgang sein. Aha. Da ist also der Ausgang von diesem Rattenbau. Aha. Toll gemacht, kleine Maus. Das hast du super gemacht. Dann gucken wir uns das gleich mal an. Das muss der Hinterausgang von dem Rattenbau sein. Beste Lage. Direkt am Fluss. Mhm. Können wir da irgendwas machen? Nee, wir können nur gucken. Okay. Okay, also wir wissen jetzt, wo die Ratte ihren Bau hat und wo von dem Bau der Hinterausgang ist. Aber die Ratte ist trotzdem nicht da. Die hockt wahrscheinlich immer noch in ihrem Bau drin, oder? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. So, mal gucken. Da ist diese Blume. Da ist das. Nee, mehr gibt's nicht. Da gibt's nochmal zum Rand. Und da will er nichts machen. Hm. Okay. So viel haben wir jetzt in Erfahrung gebracht. Dann würde ich mal sagen, ja, den Fluss haben wir uns auch schon angeguckt. Dann gehen wir doch nochmal... Äh, wo ist das mit der Ratte? Äh, da, 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 da. Das müsste hier sein, ne? Bei denen da. Das ist der Anfang vom Bau. Gucken wir da nochmal hin, ob die Ratte noch da ist. Ob wir die irgendwie aus dem Bau rausscheuchen müssen. Oder so. Mal gucken. Der Bau der Ratte, die sich einen der drei Schnipsel des Bauplans unter den Nagel gerissen hat. Ja. Irgendwie müssen wir die da rausbekommen. Wir müssen sie aus dem Bau... Ist sie noch da? Äh, hallo, ich... Kein Interesse. Hm, Schätze, so kommen wir da nicht weiter. Wir müssen irgendeinen Weg finden, sie da rauszujagen. Ja gut, aber wenn wir die hier rausjagen und die hinten bei dem Hinterausgang rausrennt, äh, wissen wir ja, wie sollen wir die da einfangen? Ich meine, dann ist sie da verschwunden. Dann müssen wir sie wieder suchen, oder was? Überleg, überleg, überleg. Was können wir denn da machen, Mensch? Äh, und wie kriegen wir die hier raus? Ähm. Ob wir unsere Maus vor dem Ausgang postieren, damit Maus wieder guckt, wo die Ratte hinrennt? Oder... Oder...